Streaming Analytics ist ein relativ neuer Begriff, aber die Technologie dahinter gibt es schon seit vielen Jahren. Streaming Analytics ist die Echtzeitanalyse von Daten, die gerade generiert werden. Dies unterscheidet sich von den traditionellen Business Intelligence-Techniken, bei denen Daten gesammelt und analysiert werden, die bereits verarbeitet wurden. Die Streaming-Analyse bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen BI-Methoden, darunter Schnelligkeit, Genauigkeit und Flexibilität. Allerdings gibt es auch einige Herausforderungen und Einschränkungen bei Streaming Analytics, die vor der Implementierung dieser Technologie berücksichtigt werden sollten. Zu den Branchen, die in Zukunft wahrscheinlich von Streaming Analytics profitieren werden, gehören das Gesundheitswesen, die Sportbranche, das Finanzwesen und die Fertigung. Streaming Analytics wird die Art und Weise, wie wir Daten verarbeiten und mit ihnen interagieren, verändern und es einfacher machen, umsetzbare Erkenntnisse in nahezu Echtzeit zu gewinnen. Streaming Analytics ist ein Prozess, bei dem Daten in Echtzeit analysiert werden, während sie generiert werden. Dies unterscheidet sich von den traditionellen Business Intelligence-Techniken, bei denen Daten gesammelt und analysiert werden, die bereits verarbeitet wurden. Streaming Analytics bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen BI-Methoden, darunter Geschwindigkeit, Genauigkeit und Flexibilität. Wie die Streaming-Analyse birgt jedoch auch einige Herausforderungen und Einschränkungen, die vor der Implementierung dieser Technologie berücksichtigt werden sollten. Dazu gehören Datenvolumen, die Streaming-Analyse erfordert eine große Datenmenge, um effektiv zu sein. Dies kann für einige Unternehmen eine Herausforderung darstellen, da sie nicht über die notwendigen Ressourcen verfügen, um diese Datenmenge zu erzeugen. Datenqualität, damit Streaming-Analysen genau sind, müssen die Daten von hoher Qualität sein. Dies kann schwierig zu gewährleisten sein, insbesondere in Echtzeitsituationen, in denen wenig Zeit für die Datenbereinigung oder Aufbereitung bleibt. Komplexität, Streaming-Analysen können komplex sein, da mehrere Datenquellen und Datenströme gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. Diese Komplexität kann die Implementierung und effektive Nutzung erschweren. Ein Arzt könnte beispielsweise Streaming-Analytics nutzen, um Echtzeit-Updates zu den Vitalwerten eines Patienten zu erhalten, oder ein Finanzanalyst könnte Aktienkurse verfolgen, während sie sich entwickeln. Die Streaming-Analyse wird auch für Big Data-Anwendungen immer wichtiger. Da immer mehr Daten generiert werden, besteht ein zunehmender Bedarf an Technologien, die diese Daten zeitnah verarbeiten können. Die Streaming-Analytik ist für diese Aufgabe bestens geeignet und wird in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Big Data spielen. Die Streaming-Analyse ist eine komplexe Technologie und es gibt mehrere Herausforderungen, die bei ihrer Verwendung zu berücksichtigen sind. Datenaufbereitung. Bei Streaming-Daten handelt es sich häufig um unstrukturierte Daten mit hoher Geschwindigkeit, was die Bereinigung und Aufbereitung für Analyse. Das Datenvolumen, Streaming-Daten können sehr groß sein und es kann schwierig sein, alle Daten zeitnah zu verarbeiten. Lattenszeit. Bei Streaming-Analysen werden die Daten oft in Echtzeit verarbeitet, was zu Lattensproblemen führen kann, wenn das System nicht richtig konzipiert ist. Skalierbarkeit. Streaming-Analyse-Systeme müssen in der Lage, eine große Anzahl eingehender Datenströme zu verarbeiten. Sicherheit. Streaming-Daten enthalten oft sensible Informationen und es ist wichtig, dass Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten getroffen werden. Die Streaming-Analyse hat mehrere Einschränkungen, die bei ihrer Verwendung berücksichtigt werden sollten. Es handelt sich um eine komplexe Technologie. Streaming-Analytics ist eine komplexe Technologie, die schwierig zu handhaben sein kann. Sie wird oft für die Echtzeitverarbeitung verwendet. Streaming-Analytics verarbeitet Daten oft in Echtzeit, was zu Lattensproblemen führen kann, wenn das System nicht richtig konzipiert ist. Sie erfordert eine umfangreiche Datenaufbereitung. Bei Streaming-Daten handelt es sich häufig um unstrukturierte Daten mit hoher Geschwindigkeit, die bereinigt und für die Analyse vorbereitet. Es kann schwierig sein, es zu skalieren. Streaming-Analyse-Systeme müssen in der Lage sein, eine große Anzahl von eingehenden Datenströmen zu verarbeiten. Es birgt Sicherheitsrisiken, Streaming-Daten enthalten oft sensible Informationen und es ist wichtig, dass Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten getroffen werden. Neben den Vorteilen für bestimmte Branchen wird Streaming-Analytics wahrscheinlich auch eine allgemeinere Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir Daten verarbeiten und mit ihnen umgehen. Streaming-Analysen werden es möglich machen, Erkenntnisse aus Daten nahezu in Echtzeit zu gewinnen. Herkömmliche Business-Intelligence-Techniken können Stunden oder Tage brauchen, um Ergebnisse zu liefern, aber Streaming-Analytics kann fast sofort Erkenntnisse liefern. Bessere Entscheidungen zu treffen, weil Streaming-Analytics uns erlaubt, mehr Daten zu berücksichtigen. Wenn wir alle Quellen und Datenströme gleichzeitig nutzen, können wir bessere Entscheidungen auf der Grundlage eines vollständigeren Bildes der Situation treffen. Reagieren Sie auf veränderte Bedingungen. Streaming-Analytics gibt Unternehmen die Möglichkeit, schnell auf Veränderungen in ihrem Umfeld zu reagieren, indem sie Daten in Echtzeit verarbeiten. Verbessern Sie die Effizienz. Streaming-Analytics kann Unternehmen dabei helfen, ihre Abläufe zu optimieren, da sie Daten verarbeiten können und handeln sie nahezu in Echtzeit.